Andreas Kuhn, herzlich Willkommen bei Sturm. Wieso hast du dich für unseren Klub entschieden? Ja, mir hat das Projekt mit dem Neustart, mit dem Trainer sehr gut gefallen. Ich habe mit ihnen ein gutes Gespräch gehabt an dem Schicker und dem Trainer. Das hat mich dann überzeugt, dass ich den Weg mit Sturm machen will. Du hast dir im letzten Spiel das Schlüsselbein gebrochen. Wie geht es dir jetzt? Bist du schon mal 100 Prozent? 100 Prozent noch nicht ganz. Es sind jetzt knapp sechs Wochen her. Also ich muss jetzt noch eine Nachuntersuchung machen, ob alles gut zusammengeheilt ist. Und dann hoffe ich natürlich, dass ich nächste Woche schon einen großen Teil im Training mitmachen kann. Wir sind jetzt schon mitten im Trainingslager in Bad Waltersdorf. Du konntest die Mannschaft schon kennenlernen. Wie ist dein erster Eindruck? Ja, die Mannschaft ist richtig, richtig fein. Es sind alles gute Typen und haben mich sehr gut aufgenommen. Ich muss alle noch ein bisschen genauer kennenlernen und freue mich schon auf die nächsten Wochen. Wir sind hier im Spa-Hotel Styria in Bad Waltersdorf. Beste Voraussetzungen oder was meinst du? Na, optimal. Also Platzplätze sind da optimal zum Trainieren und die Anlage da ist sehr schön. Also da kann man sich sicher gut vorbereiten. Wie kannst du dich selbst beschreiben? Was können sich die Fans von dir erwarten am Platz? Ja, ich bin eher Offensivspieler, der was gerne den Ball am Fuß hat. Und ja, trippelstark und ich hoffe, dass ich natürlich der Mannschaft helfen kann mit Tore und Assists. Und ja, hoffentlich können wir viele Siege gemeinsam feiern.